Ja, sicherlich ebenfalls erfreulich aus SVM-Sicht war das Abschneiden der JTV-Hunze-Kühe. Ja, das muss man auf jeden Fall erwähnen, Jörg. Ich denke mal, der SV Morbach-Jörg ist einer der Vereine in der JTV-Hunze-Kühe-Morbach. Und ich glaube, auch da sind ja im Jahr 2014 herausragende Erfolge erzielt worden mit verschiedenen Meisterschaften. Ob das die Jungt war, auch dann mit dem Rheinland-Pokal. Die A-Jungt hat ja auch den Aufstieg gefeiert, als wir Vizemeister wurden. Das waren auch, wie gesagt, tolle Momente bei uns im Alfons-Jakob-Stadion. Ja, also kann man auch nur Andy Kneppel, Uwe Hattenberger und der ganzen Truppe ein dickes Kompliment machen allen anderen Vereinen, die da mitmachen, was dort geleistet wird. Das ist schon herausragend. Und auch das muss man einfach für 2014 erwähnen, auch für die JTV-Hunze-Kühe, ein überragendes Jahr. Und auch da Dank an alle für das, was sie da geleistet haben. Das ist schon außergewöhnlich. Schorsch, auf der Homepage steht es schon seit ein paar Tagen. Wir haben ein verdientes Vereinsmitglied, das geehrt wurde. Dazu ein paar Sätze. Ja, muss man, sollte man auch, denn es ist wirklich auch beeindruckend. Wir haben uns mit Corgi beworben beim Fußballverband bezüglich des DFB-Ehrenamtspreises 2014. Und da muss man sich also schriftlich bewerben. Und wer anders als Corgi kam da für uns in Frage? Und diese Ehrung war dann in Wittlich bei der VfR-Bank. Und dort hat dann die Staatssekretärin diese Laudatio vorgelesen. Und man muss dazu sagen, sie konnte aus Zeitgründen eigentlich nur einen Bruchteil dessen vorlesen, was Corgi wirklich für den Verein leistet. Und das war unter anderem für uns auch Grund, das etwas ausführlicher dann in der Barbara Rundschau und auch hier auf der Homepage darzustellen. Denn Corgi ist, das ist schon ein Phänomen, das ist unglaublich, was er in den letzten Jahrzehnten für diesen Verein geleistet hat. Und welche Freizeit er hier zur Verfügung stellt. Und vor allen Dingen in allen Bereichen, ob als Fußballer, im Vorstand, Wartung und Pflege. Ihm ist nichts zu schade, ihm ist nichts zu viel. Und er hat diesen Preis mehr wie verdient. Und es kann nur eine kleine Anerkennung sein. Es drückt eigentlich nicht ansatzweise das aus, was er wirklich für diesen Verein in den Jahrzehnten getan hat. Wir haben viele dieser Ehrenamtler, an die wir auch in den nächsten Jahren denken müssen. Aber ich glaube, der Corgi ist wirklich derjenige, der hier stellvertretend für all die anderen diesen Preis verdient hat. Und das war einfach wichtig, dass man auch sowas mal erwähnt und auch entsprechend veröffentlicht. Und da hast du ja auch eine tolle Arbeit geleistet, Jörg. Die Informationen hast du bekommen, hast du das auf die Homepage gestellt. Auch dir dafür danke. Aber es gehört einfach auch dazu. Denn das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit, dass man das über so einen langen Zeitraum macht. Und ich hoffe, dass der Corgi das noch lange, lange für diesen Verein und für uns tut. Also ein dickes Dankeschön an dieser Stelle auch nochmal von mir und von allen SVMlern an unseren Corgi für seine großartige Leistung. Das SVM-Sorgenkind, wenn ich es mal so nennen darf, sind im Moment unsere Schiedsrichter. Wir haben nur noch zwei aktuelle, benötigen aber mehr. Ja, da hast du recht. Das ist richtig erkannt. Und das schleppen wir eigentlich auch schon ein bisschen vor uns her. Wobei das Problem oder dass die Sorgenkinder nicht die Schiedsrichter sind, sondern die Tatsache, dass wir halt eben momentan nur zwei haben. Wir brauchen vier. Ein Verein, der halt eben in der Rheinland-Liga spielt. Und wir haben momentan nur zwei. Es mussten dann zwei auch einer gesundheitsbedingt, einer aus beruflichen Gründen aufhören. Und hier ist dringender Handlungsbedarf für uns. Da sind wir auch dran am Arbeiten. Es hat schon das ein oder andere Gespräch stattgefunden. Hier sind wir auch in Verbindung mit Marco Thees, der ja auch im Schiedsrichterwesen, auch auf Verbandsebene tätig ist, der uns auch hier unterstützen will. Auch Thomas Jakobs, der ja für uns pfeift. Und Harald Alberts haben ihr Unterstützung zugesagt. Hier gilt es, Gespräche zu führen, vielleicht auch mit jungen Jugendlichen, um hier den einen oder anderen dazu zu gewinnen, das auch attraktiv zu machen. Auch der Verband unterstützt uns dabei, weil wir müssen hier schon sehen, dass wir innerhalb dieses Jahres hier definitiv mindestens zwei Schiedsrichter dazugewinnen. Das ist eine Aufgabe, die wir lösen müssen. Und die müssen wir auch relativ zeitnah lösen. Und das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Hier müssen wir Lösungen finden und das auch attraktiv machen. Ich bin aber auch da optimistisch, dass wir zusammen hier dann doch neue Schiedsrichter gewinnen können, die hier auch langfristig für uns dann auch pfeifen werden. Aber ein Problem, das wir anpacken müssen, definitiv.